Okay, ich befinde mich hier auf einem Rassplatz und hier sind sehr viele Trucks und ich habe sehr viel Respekt für alle Trucker und deswegen möchte ich heute einmal einen Tag lang Trucker Romantik erleben und jetzt fragen sie sich natürlich, warum sprechen alle Trucker wie Pedro Maffay? Jetzt muss ich erst mal Zähne putzen. Hallo, hallo, Stefan Raab an alle Trucker. Ich lege mal 10 Mark hier, ne? Oh, ein bisschen länger. Oh, ein bisschen länger.